Ja hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Build Fallout 4. Wir sind hier bei der Slock und im letzten Part ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe aus Versehen hier einen Block weggerissen und deswegen habe ich noch mal geladen und jetzt hat es aber geklappt. So. Na, ich wollte den Tisch haben. Ist ein Fläschchen runter oder ein Glas? Das Glas hat zu. Preston. Ich habe dir, glaube ich, das hundertmal schon gesagt, dass wir damit bauen werden. So, haben wir hier noch. Komm mal mit. Tischchen. Ich stelle dich jetzt einfach hier rüber, damit sie aus dem Weg sind. Mal gucken, was wir hier im Bauen. Ist, glaube ich, da unten. Da haben wir nichts mit zu tun. Wo ist der Eingang denn hier? Die sitzen da. Verwerben. Das ist der Eingang wohl hier irgendwo. Okay. Ich brauche aber jetzt erstmal eine Laborstation. Genau, eine Laborstation brauche ich. Ich stelle auch dort hinten hin. Ich stelle dich, das ist, glaube ich. Kann ich das D nicht eigentlich da hinstellen? Ja, natürlich. Guck mal, ich mach für euch Tisch und Stühle hin. Könnt ihr euch da alle setzen? Bin ich nicht nett zu euch? Ähm, ja. Ich weiß, du hast nichts zu tun. Ich muss aber eben das hier noch erledigen. So, ist doch nett, oder? Oh, das ist Vogelkacke. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit ihm geredet habe. Was ist hier? Muss auch nicht unbedingt hier stehen. Ach, es hat an manchen Stellen Probleme. Oh, je. Da. Weil hier mach ich vielleicht ne Bar hin. Kann man hier auch krillieren. Das heißt, das kann weg dann. So, die Liegestühle lasse ich so, wie sie sind. Nur den Schmutz hier ein bisschen noch beseitigen. So, ich brauche ein Labor. Ein Chemielabor. Jetzt bin ich überlegen, soll ich den drinnen einbauen? Hier ist Schlafgemach. Da auch. Weg damit. Die verbrannten Sachen, die kann ich nicht verwerten. Die muss ich lagern. Okay, so. Ja. Ah, herstellen. Gut. Ah, verlassen. Okidoki. Wir können dann jetzt... Jetzt laufe ich wieder Rennungs herum. Mocht ja nichts. Für die Dame, die wird unser Guardian schon mal hier. So, hier ist der Eingang. Hier so ist der Eingang, ne? Dünger. Machen wir doch hier ein Guardian hin. Ein Guardian. Aber richtig groß machen wir da. Ähm, Treppen. Ich habe jetzt gerade überlegt. Aber warte mal. So, in die Richtung. Treppen. So, wo ist Madame Tessou? Bet neun. Ja, ja, da kümmere ich mich auch drum. XPW. Nein, abbrechen. Äh, befehlen. Komm mit. Du bist gut gerüstet. Ach, das macht schon jemand. Okay, hast Pech. Dann, ähm... Ja, Momente mal. Ich habe was anderes für dich. Warte. Wir machen hier so eine kleine Hoch-Einkaufsmeile. Nur ein paar Läden. Oder nehme ich Beton. Beton haben wir auch genug. Beton und Stahl. 15. Busch, du musst weichen. Klar musst du jetzt da durchlaufen. Super. Super. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, was? Aber gut, die können ja dann hierher. Oder? Oder ist jetzt der Weg so versperrt? Dadurch? Nein, die können hier runter. Dann, äh, mache ich hier Venti-Lenti. Weil, genau deswegen. Und ich will es ja ruhig haben. Ich will nicht hochholen. Wo laufe ich denn hin? Ja, du bist schon richtig. Aber, nein, du bist nicht richtig. Hier. Denn, äh, die sind schön leise. Steht du? Hoch. Nein, sie ist gut. So, passen ein Kabel von hier nach da rüber? Nicht ganz. Dann, äh, heißt das, wir brauchen so ein Pallon wieder. So, nein. Oder will ich hier noch was hinbauen? Egal, da brauche ich jetzt erst mal Strom. So. Ich bin so hier hin. Gut. Was ist das? Fresh Suples. Ah, super. Frischladen. Gute, gute, feine, feine. Also. Hoch. Hier kämen dann noch so zwei, drei Läden hin. Als Einkaufsmeile. Und Häuser. Ah, die Grenze ist bis hier. Das wird ja knapp mit Häusern dann. Müsste ich da runter bauen. Ja. 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 Aber wiederum ich überlege, hier ist felsig. Hier ist es sehr felsig. Dass wir den Garten verlegen. Hier ist es ziemlich felsig. Ich versuche es mal. Nee, wo war denn der? Nee, der war vorne. Schutz, acht. Ja, da kommt noch Schutz hinzu. Okay. Weil dann kann ich den Garten wegreißen und kommen auf diese Seite Häuser bauen. Kann ich hier noch einen Garten hinbauen? Oder so einen kleinen. Ja. Das sieht gut aus. Dann Weiß man. Holy. Komm mit. Weil ich nehme euch jetzt die Gärten da weg. Tut mir leid. Aber ich werde jetzt alles lagern. Ja. Ihr braucht nicht so gucken. Karottchen auch. Alle lagern. So, ich weiß, es ist ein Blödsinn, was ich mache, aber ja. Ich brauche halt den Platz. Unterstören, Karöttchen und Co. kann ich nämlich hier drinnen Häuser bauen. So. Ich mache euch noch mehr Gärten. So. Explosionen. und alles mögliche. Gut. Es ist natürlich für die... Oh, schön. Sie haben ein Häuschen gebaut. Ein bisschen schwierig wahrscheinlich hier runter zu kommen. Aber das ist gut geworden. Nur das hier noch nicht. Ah, gut. Sie hat es geschafft. Gut. Dann, äh... bauen wir doch noch einen Garten hier an. Wenn Madame Pompendour beiseite geht, würde das eventuell noch klappen. Huch, ich bin raus. Glaubst du noch mit dem Großen? mit dem Großen? Der wollte gerade hier. Millimeterarbeit jetzt. Komm, du wolltest gerade. Komm. Komm schon, bitte. Oh, come on, baby. Du wolltest doch gerade. Ja. mal sehen, was das wird. So, wer hat noch keinen Job? Du hast einen Job. Holly habe ich auch dahin geschickt. Jones. Komm mit, Jones. Ja, super. Es wird sogar etwas. Sehr schön. So. Es ist halt schwierig, hier entlang zu kommen. Sehr gut. Dann baue ich nämlich jetzt hier Residentenplatz hin. Und ja, das ist ja die Grenze. Okay. Madame steht im Weg. Nee, nicht so nah beieinander. Und ich muss hier den Weg frei halten. Ja, so gerade knapp steht es. Also. Ich mache noch ein kleines hier hin. Ja, gut. Und da haben sie den Weg runter. Dann ein paar Treppchen. Was nehmen wir denn für Weg? Gehen die da drinne? Nein, ich habe Snap everywhere habe ich nicht. Weil irgendwie ich muss ja dann eine Nein, das ist zu hoch. Nehmen wir die doch. Ich weiß nicht, ob die ist zu zu weit, oder? Es ist ja ein Riesenteil hoch. Weil irgendwo muss ich ja noch mehr Häuser bauen. Ja, was ich sagen wollte ist, wenn ich Snap everything everywhere benutzen will, habe ich auf dem Desktop eine Verknüpfung, normale Fallout-Verknüpfung. Aber die hat mir jetzt gesagt, ich würde eine neuere Version nutzen, deswegen funktioniere diese Version nicht. Ja, hierrum könnte ich auch noch Hochhäuser bauen. Dann mache ich doch die Bänke hoch mit hier hin erstmal. Weil verschrotten will ich sie nicht. Sie sehen doch gut aus. So, Schutz haben wir vier. Hoch. Um Schutz kümmern wir uns jetzt noch. Wir werden dafür was vor, einen Raketenwerfer zu bauen. Ich stecke nur der Baum dazwischen, gell? Was genau? Der Baum dazwischen. Und ich weiß auch nicht, ob ich eben da so. Weil die sind ja mies da unten, gell? Die kriegen sofort einen Raketenwerfer vor den Kopf. Wenn ich einen Baum kann. Haha, Glasfaseroptik. Scheinwerfer, Schrotflinten, Geschützturm, Glasfaseroptik. Raketengeschützturm. Oh, Moment. Ähm. Nee, 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 nee. Hier, die brauchen noch ein Brettchen. Ein Brettchen. Jetzt kriegt ja einen Raketen. Geschützt. So. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Schäft. Und. Gut, das hätten wir schon mal. Schutz 51, sehr gut. Leute, 10 essen, 9. Ja, essen. Da müssen wir noch was machen. Bei Betten haben wir 10 Leute, 10. Aber die sind sich da hinten noch, die Häuser anbauen. So. Nein. Ich muss wieder hier hoch. Und schon bin ich im Wasser. Also nochmal. So, genau, wollte ich. So wollte ich. Gut. 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 Die brauchen halt ihre Zeit. Oh, schick. Und hier. Ja, wir werden noch Häuser hier hinbauen. Eventuell werde ich auch in die Höhe bauen. Ja. Genau. Meine Tränke nehme ich mal mit hier. Gut. Schutz heißt halt fehlt immer noch. Ja, das ist mir schon klar, dass noch Schutz fehlt. Aber lass erst mal Leute kommen, damit ich die eventuell dann noch einweisen kann. Ach ja, ihr braucht ja auch Strom. Jetzt ist die Frage. Schauen wir mal, ob das klappt. Und wo wir hier einen hinstellen. Der schwebt jetzt, ja. Komm mal mit. So. 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 Alles zu weit. Oder was, was. Lagern. Ihr kriegt eine Windmühle. Sind ja nur zwei, vier Häuschen. Fünf Häuschen. Die Grenze ist hier. Knapp die Grenze. Ich mach diese für fünf. Die ist nicht so teuer wie die ganz große. Hier so eine. Ich mach sie. Ja. Okay. Da. 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 Haben jetzt alle Strom. Ja. Brauchen halt sehr lange. Mach mal was, Junge. Die sind halt sehr eng miteinander. Moment, warten. Weil die ineinander sonst verschmolzen wären. Deswegen. Mach du auch mal ein vernünftiges Haus. Und wiss. Braucht immer so lange. Gut. Wie gesagt, den Weg muss ich freilassen. Damit man hier runter gehen kann. Und Häuser bauen wir dann hier noch weiter. Vielleicht gehe ich auch dann in die Höhe. Ich weiß es noch nicht. Das ist jetzt noch die Frage. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist ein Schrott, den wir nicht brauchen. Nee, den brauchen wir nicht. Wir brauchen... Waffen oder so. Oder ein Arzt. Wir machen hier... Off-Top-Dyner. Hier passt ein Rumhole hin, aber das... Würde ich gerne als nächstes machen. Sim-Tower. Genau. Und... Wir haben auch Hunger. Wir müssen nachher noch schnell was kochen. Quatsch mit Soße. Ich wollte hier... Dann würde ich hier nämlich jetzt noch eine Bar bauen. Oder so. Nein. Ich muss das ein bisschen höher bauen. Und getrennt davon. Das ist ein bisschen schief. Eher nur gedacht. Das ist ein bisschen schief. Oder? Ja, Knock it down. Das verletze ich mich ja noch selber mit dem Blöd hier. Da ist jetzt nah dran. Da ist wieder... Okay. Und hier machen wir dann... Oh nein, eine Steintreppe. Oder? Würde jetzt am besten dazu passen. So. Genau. Genau so machen wir das. Und... Ich bin gerade überlegen. Das ist ja jetzt eigentlich wurscht, was das hier wird. Wir haben sowieso nicht mehr Leute. Ob hier noch was hinpasst? Wund ichık. Ja. Und lasst's. foi hier. Das ist halt... Hoor LP. Und? Ich bin... Machen wir das auch höher. Und... Das ist ein bisschen beiseite. Das braucht auch jetzt noch Strom. Und eine Treppe. Nehmen wir auch wieder so eine Steintreppe. So eine oder... So eine. Nehmen wir so eine. Gut. Ich kann ja hier entscheiden, schon mal, was es werden soll. Machen wir hier nur Rumhol hin oder so. Oder... Ähm... Open Bar. Ach, machen wir Rumhol. Ich finde ich eigentlich am schönsten noch. Bildwiss. So. Das ist eigentlich wurscht, was das wird. Ähm... Wir könnten hier dran noch irgendwie ein Waffengeschäft bauen. Aber ich muss schauen, was das wird. Das könnte ja noch ein Diner werden. Machen wir es so. Und deiner. Und zum Essen. Einfach. Einfach. Das ist immer noch so. Das. So. Ja, genau. Wie viele von dem Plots habe ich denn noch? Noch zwei Stück. Noch zwei Stück. Noch ein Stück. Ich glaube, das wäre dann dieses. Und ja, ich entscheide jetzt mich hierfür für ein Hochdiner, dass das dann gebaut wird. Und hier so, 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 so. Ist das ein Offtop-Diner oder Roadside-Diner? Roadside-Diner. Und das hier soll eine Waffe. dann braucht das noch treppen und dann haben wir es erst mal ja komm ich bin auch schon halb am schlafen oder ja hier kommen dicke durch wir haben hier ein motel zwei bars schon ein problem jetzt hier durch findet schon im weg so ich würde aber sagen hoppla die hoppla schicke häuser schick schick außer das hier passt jetzt nicht dazu war sehr gut wir müssen uns zu machen um hier hoch zu können bett balkon und hier noch keine tür drinnen aber nett 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 aber die müllküppel kommen sorry ich reiße die unterm hinterm weg dann schosspilling plan macht auch was vernünftiges macht das dann haben wir jetzt eine seite mal vernünftig so wir haben 13 betten hier habe ich ja gesagt bauen wir dann noch ein paar häuser hin eventuell gehe ich dann noch in die höhe ich bin noch am überlegen wie ich das weitermache und hier unten ja mal schauen es bietet sich natürlich auch an so ein lad noch dahin zu bauen aber mal schauen gut ich gehe jetzt schlafen ich bedanke mich fürs zusehen daumen hoch kommentar tipps und tricks immer wird ich mich sehr drüber freuen und wo ist mein bett die haben mein bett geklaut ne das ist meins und wir sehen uns dann im nächsten part wieder bis dahin adios bis